fein ich bin Körbis an und habe keine Verwendung dafür das ist nicht witzig aber wer eh eh sagt schon genug ähm wir haben ja eh genug ähm sagt schon ja dieses Zeug hier ne das hier na klar Brot ja Brot Martin 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 durch unsere Weizen wir sind vorhin das in Höhle gegangen und da holt der Brot raus da hab ich echt Brot raus geholt und hab da ey das könnte ich euch vorstellen ich hab da reingebissen in ein Stück Brot ein Leibbrot habt ihr schon mal ein Stück Brot gebissen Nico hast du das schon mal gemacht hast du schon mal ein Brot gebissen hast du schon mal ein Brot gebissen Nico klar wollen wir ein paar Schweinchen vermehren wir machen schweinische Liebe ich erinnere mich an den an den an den an den Zoo an den Zoo und ich denke an Ziegen ja und ich denkst an Ziegen und an rum 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 mein Gott er hat Rammeln gesagt auch mein Martin doch was ist denn Poggesenst jetzt werden wir schweinchen oh die Komma-Laden was hast du denn in der Hand getreide ist das Getreide aber so jetzt das war gekonnt alter Schweinchenmau ab es wird immer nein ich muss ja so mehr und dann will ich sie schütteln nur eins bitte nur eins a wir haben aber es gibt ein Schweinchen nicht nur kennen du machst schweizeliebe und der macht schweizeliebe die künzlichen die Rammel das war's was ist das Leben die die schwein da die erste ist und da macht schwein schnitt und da machen auch schwein schnitt es gibt es die von alleine jetzt habe ich gedacht die rennen alle hinterher um ein scharf jetzt von der schicht wenn du deinem wohnen macht lieber und du machst lieber ja was ist das Wenn du da und da in dein Haus reingehst, geht doch die Tür auch von alleine zu. Ja, durch die Druckplatte. Mein Kraft erklärt zum gut wie gar nichts. Wie weißt du das mit erklären? Naja, wenn du jetzt anfängst, das zu spielen, äh, zu spielen, dann spielst du es zum ersten Mal und erklären, aber dann erklärt das zu gut wie gar nichts. Hä, wofür gibt es eine Million Tutorials? Das ist es ja, aber mein Kraft an sich erklärt nichts. Für was gibt es YouTube? Oh, das leckt grad. Ist das ein Korbis? Was ich eigentlich auch mal ausprobieren wollte, ob man, nein, kann man nicht. Fassen? Ob man, ob man Hühner mit Weizen paaren kann. Versuch's doch mal. Hab ich doch schon, funktioniert nicht. Ja, hier auch noch mal eine Töne, Mann. Ah, scheiße! Martin Duell, tötete sie. Ja, man stötete sie. Zu Befehl-Oberfelddebel. Nenn mich nicht so. Wo sind sie? Boah, das sind's toll, das kann. Hallo. Wie hast du gerade Hallo gesagt? Ach ja, dann kann ich dir auch gleich nochmal zeigen. Die Manzefalle hat natürlich auch einen Sinn. Martin ist 23. Ich bin nicht 23. Ich bin nicht 23. Ja, ähm... Nein! Das stimmt überhaupt nicht. Ähm, und zwar, Nico... Guck hin. Ähm, die hat den... Und zwar hat die den Sinn, wenn dort oben die Monster sterben, droppen die Items, und die Items fließen... Oh, Entschuldigung... Fliegen... Fließen hier runter. Ja. Jetzt ist hier gerade Monster viel, ein Pfeil. Und hier, ähm... Schwarzpulver kommt da hin, Körbissahnen... Wieso hab ich Körbissebeine? Ähm, ich möchte jetzt mal was sagen. Ja, was würdest du denn sagen? Du drehst immer solche langen Videos, mit denen jetzt zum Beispiel schon fast, naja, elf... 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 elf Minuten. Das ist doch gar nichts, weil eine Aufnahmesession ist, die gehen manchmal zwei Stunden hintereinander. Wenn die bei YouTube sehen, dass du so lange Videos drehst, da gucken sie sich das gar nicht an, weil sie denken, aha, das Video dauert lange, das will ich mir nicht angucken. Hey, wie... Hey, 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 hey! Wieso haut dein Hund nicht ab? Hey, ich hab den noch Sitz machen lassen vor dem Nebenbett. Ist der von Witter abgehauen, oder? Der haut überhaupt eine kleine Schlinge. Schlinger. Schlinger. Dieses ist ein Witter da. Was ist denn das für Einer? Das ist ein richtiges Teleporter-Tier. Ich würde es einsperren. Nein, der soll mich beschützen. Wir schlafen. Geht nicht, oder? Obwohl, ich könnte eigentlich... Nee, noch nicht. Du kannst so nachts schlafen. Doch, Minecraft erklärt dir doch was. Du kannst nur nachts schlafen. Ähm, du brauchst aber erst mal ein Bett, und das musst du erst mal hinstellen. Ja, das ist ja wohl logisch. Post. Ich hab Reizlust. Ja, eigentlich, was ich eigentlich auch mal machen wollte, dafür brauchen wir einen Kompass, und wir müssen angeln gehen. Warte mal, die Karte können wir jetzt unten. Da unten läuft ein Monster rum. Mein Gott, da läuft ein Monster rum. Was brennt denn da in diesen Dinger? Was ist denn das da? Das sind die Monsterspawner, ja. Da spawnen die Teile drin. Ähm, ja, wir brauchen... Diese brauchen wir, ähm, und Redstone. Haben wir Redstone hier? Nein, haben wir nicht. Doch oben haben wir noch welches. Hier im Redstone, dann mach ich mir noch schnell einen Kompass. Gut Idee. Dass wir auch wieder zurückfinden. Ein Baum. Redstone. So, Kompass. Oh, ähm, sorry. Das ist zwar nicht beabsichtigt. Moment. Ähm, Moment. Ähm, ja, okay, ähm, ich... Ich, ähm, muss... Muss Fische fangen. Nichts geht über Fische fangen. Okay, ähm, das Glas können wir eigentlich auch mal hier lassen. Wir brauchen noch Stickies. Und, ähm... Ja, Spinnenseide fahren. Hier, die Kacke. Ähm, okay, haben wir hier noch Stöger? Ne, haben wir nicht. Ähm, so und so. So. Okay, dann gebe ich mich auf weite Reisen. Und ein Dschungelbiom. Und versuche, ein Ozylo zu fangen. Ob es mir gelingt. Und dabei begleitet von Nico. Juhu. Man merkt richtig, ich macht's richtig Spaß. Juhu. Okay, die Pfeile hier reinknochen dahin. So was brauchten wir. Faden brauchen wir noch. Haben wir hier eine Warpbench irgendwo? Nein. Soundcheck. Soundcheck? Wieso Sound... 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 Soundbrätser, haha. Soundcheck. Wieso Soundcheck? Ich mach' mal ne kleine Zwischendurchsage. Ähm, äh, ähm, 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 warte, noch 10 Sekunden. Nico, du brauchst jetzt aber ja nicht jede zwei Sekunden zu sagen. Ey, wir drehen schon ne Viertelstunde. Mein Gott, wir sind ja so richtig ein Dreher. Verdammt, wie war das? Was willst du machen? Ich wollte eigentlich ne Angel machen. Da musst... Warte mal. Da musst du... Hey, wie war das Crafting-Rezept von einem Angel? Ich hatte das mal, da musstest du... Das Ding. Dahin. Oh, wir waren das. Oh, ich weiß schon. Ja, nee. Das, nee. Ach, wir waren das. Ja, und das da ganz oben. Dahin, glaub ich. Ja, nee, das da. Moment mal, wir gucken kurz mal nach und wir sehen uns gleich. Okay, ähm, wir wissen es jetzt, wie es funktioniert. So, das kommt da hin und das und da. Aha, da haben wir es doch schon. So, ähm... Oh, wir sind ja, wir sind ja. Okay. Vielen Dank.